Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man mit einem ganz einfachen Trick viele Suchbegriffe finden kann, die ein kostenpflichtiges Tool wie Rank Tracker oder auch die Google Keyword Tools auf den ersten Blick nicht finden. Und es ist ganz einfach. Ich mache mir hier Google Suggest zu Nutze bzw. Google Instant. Also google.de einmal aufrufen, das habe ich schon gemacht. Dann gebe ich hier meinen Suchbegriff ein. Was passiert? Google Instant schlägt mir sofort geeignete Ergebnisse vor. Ihr sehen, wie sie unten erscheinen. Bei dem Suchwort Reime zum Beispiel habe ich knapp drei Millionen Ergebnisse. Worauf es mir jetzt aber ankommt im ersten Schritt, ist weitere Suchbegriffe zu finden für meine SEO-Maßnahmen. Also gehe ich hin, kürze es auf den Wortstamm Reim und gehe dann einfach das Alphabet durch. Was finde ich, wenn ich Reim A eingebe? Okay, hier sehe ich zum Beispiel Reimarten. Jetzt muss man beachten, wir nutzen hier Google Instant. Wenn ich nur Google Suggest nutzen will, kann ich auch hier oben eingeben Reim A. Und ich sehe, hier bekomme ich mehrere Begriffe angezeigt. Reimarsch zum Beispiel hätte ich jetzt hier ansonsten übersehen. Deswegen ist es sinnvoll, auch in beides reinzuschauen. Sehen Sie auch hier ein B. Je nachdem, ob ich Google Instant nutze oder Google Suggest, sind die Ergebnisse durchaus unterschiedlich. Ja, und Reim B. zum Beispiel könnte für meine Website ein interessanter Begriff sein. Das war es schon. Geht einfach euer Suchbegriff, euer zentrales, brecht es runter auf den Wortstamm und geht dann das Alphabet durch. Denn wenn Google Instant und Google Suggest es vorschlagen, heißt das, dass es statistisch erfassbar ist und dass das für eure Suchmaschinenoptimierung durchaus interessante Begriffe sein können. Ciao!